Hallo meine lieben Freunde meines Kanals. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, ich habe heute Vormittag ein Video gemacht zu einem Vulkan und zwar zum Ruang Vulkan in Indonesien und dort gab es eine Eruption und ich habe gesagt na ja es könnte vielleicht noch was kommen. Aber was jetzt gekommen ist, übertrifft alles. Es ist wohl ein Worst-Case-Szenario, was da momentan stattfindet und es kann noch schlimmer werden, als es jetzt schon ist. Wir haben eine Eruption, die momentan als VEI 4 eingestuft wird, wobei aufgrund der extremen Explosionen, die dort stattfinden, muss man erstmal gucken, was da genau passiert. Das gesamte Gebiet wird evakuiert. Es ist eine Weltuntergangsstimmung. So ist das momentan dort. Nur mal zu den Zahlen und Fakten. Wir haben eine Eruptionswolke, die mindestens 22 bis 28 Kilometer hoch ist. Wir haben eine Laberfontäne, die wahrscheinlich 3000 Meter hoch ist und das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, dass das so ist. Hier sehen wir ein Foto, ein Foto der momentanen Eruption oder des Beginns der Eruption. Ich glaube, sehr viele Menschen werden dort jetzt die Flucht ergreifen. Ich glaube nicht, dass da jemand bleibt bei dem, was da momentan passiert. Hier sehen wir ein Video, welches die Eruption zeigt. Ihr seht hier heftige Gewitterentwicklung und diese gigantische Lavafontäne, die dort zu sehen ist. Diese Lavafontäne übertrifft alles, was ich gesehen habe, was vulkanische Aktivität angeht. Da ist ein unglaublicher Druck drin. Unvorstellbar. Es scheint wohl so zu sein, als ob sich die Lavakammer, die sich im Unteren oder die Magmakammer, die sich hier unten befindet, entleert. Und das gibt eine weitere Problematik. Denn es könnte sein, dass die Magmakammer einstürzt. Wenn das passiert, hätten wir eine absolute katastrophale Entwicklung. Aber noch ist das Ganze nicht klar. Wir sehen hier Aufnahmen von einem Satelliten Himawari 9, die momentane Entwicklung der Explosionswolke. Das ist schon krass. Und das kann auch nur ein Vorspiel sein von dem, was kommt. Denn die momentane Entwicklung ist sehr gefährlich. Durch die Entleerung der Magmakammer, also bei einer Auswurfhöhe von bis zu drei Kilometern, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, entweicht sehr viel Material in kurzer Zeit. Und wenn die Insel absinkt, der Vulkankomplex durch die Entleerung der Kammer, dann kann das Ganze einsinken. Dann tritt mehr Wasser ein und dann rumst du noch mal richtig. Das ist die momentane Situation dort. Absolut katastrophal und unglaublich eigentlich, die Entwicklung. Solche Vulkaninseln in Indonesien, wir kennen das von Krakatau, sind hochgefährlich, weil die Entwicklung teilweise eine initiale Eruption ist, die wir gesehen haben. Dann kam es zu einer Bildung eines neuen Lavadoms. Der war tatsächlich ziemlich massiv, dieser Lavadom, der sich dort gebildet hat. Dazu dann eben Druckaufstau. Das heißt, da hat sich Druck aufgebaut und dann ist das Ganze in einer riesigen Explosion hochgegangen. Hier sehen wir auch noch mal diese Videoaufnahmen. Das ist die Spitze der Lavafontäne hier oben irgendwo. Und hier unten, wenn man ein bisschen genauer hinschaut, das hier ist der Berg, der ungefähr so 725 Meter aus dem Meer ragt und dann das, was darüber ist. Also das sind unglaubliche Aufnahmen. Hier auch noch mal eine Aufnahme eines Satelliten in dieser explosiven Wirkung. Momentan haben wir hier nur die Himawari-Satelliten und wir haben hier auch eine Unterscheidung zwischen Asche und Schwefeldioxid, was hier ausgestoßen wird und das in einer Höhe. Man sieht es an der Amboss-Entwicklung dieser Explosionswolke extrem hoch. Ja, extrem hoch. Kann man nicht sagen, wie hoch, aber die momentanen Schätzungen, wie gesagt, zwischen 22 und 28 Kilometer. Das kann sich dann im Laufe der Zeit auch noch ändern, was diese Thematik angeht. Hier noch mal ganz kurz dieses Video, was wir gerade gesehen haben. Hier unten befindet sich der Krater und hier oben irgendwo ist das Ende der Lavafontäne. Das ist unglaublich, was da momentan passiert und es ist hochgefährlich. Es gibt überall Tsunami-Vorbereitungen und Tsunami-Warnungen momentan. Da sagt man, das ist vor vier Stunden, ja, da muss ich jetzt mal gucken, ob das schon die Haupteruption ist, die hier in den Videos gezeigt wird. Aber die Entwicklung, die da momentan, nein, das ist tatsächlich vom vorhergehenden Ausbruch, den wir sehen. Das war der von gestern. Der war auch schon ziemlich heftig. Aber momentan ist eben die Situation absolut unüberschaubar. Es ist eine gewaltige Katastrophe, die hier momentan stattfindet. Und ja, die Informationsdetails sind noch sehr ungenau, sagen wir mal so. Denn dort herrscht natürlich jetzt momentan absolutes Chaos. Und man muss jetzt im Laufe des Abends und vor allem morgen sich dann das ein bisschen genauer anschauen, was da jetzt genau vor sich geht. Und was auch ganz wichtig ist bei der Thematik, was passieren kann, sollte es zu einem Einsinken der Caldera kommen, also sollte der Vulkan absinken, dann würde das zu gewaltigen Erdrutschen führen. Es würde zu Tsunamis führen, definitiv, die aufgrund auch der generellen Beschaffenheit des Berges ziemlich problematisch sein können. Der Berg selber ist ungefähr 2000 Meter hoch. Der Vulkan, davon sind 725 Meter über dem Meer und der Rest unter dem Meer. Und bei einem Absinken oder bei einer Entleerung einer Kammer und einem gleichzeitigen Einsturz des Vulkangebäudes würde das tatsächlich gewaltige Tsunamis auslösen in diesem Gebiet. Und deswegen ist hier äußerste Gefahr angesagt und auch für alles, was sich in der näheren Umgebung jetzt momentan befindet. Es wird momentan auch berichtet, dass Felsbrocken von erheblicher Größe über mehrere Kilometer über dieses Meer, also über das Meer, auf die andere Insel geschleudert werden. Das gucken wir uns jetzt, glaube ich, noch ein bisschen genauer an bei Google Earth. Dann kann ich euch mal erklären, warum das alles so gefährlich ist. Sag mal, mein Lieben, und nun gucken wir uns das Ganze bei Google Earth mal ein bisschen genauer an. Wir haben hier den Vulkan, den Ruang. Ein Vulkan, der immer wieder aktiv ist, aber der Ausbruch jetzt momentan, der hat schon eine ganz besondere Güte, um es mal freundlich auszudrücken. Was jetzt passieren kann bei diesem Vulkan, wie gesagt, dass er absinkt. Das wäre durchaus möglich, obwohl das Vulkangebäude relativ stabil ist. Da muss man jetzt erst mal gucken, wie sich das entwickelt. Aber bei solchen Vulkanen, jetzt kann es auch, ohne dass Wasser in irgendeiner Form noch mit dazukommen, zu extremen Ausbrüchen kommen. Gut, er hat sich jetzt erst mal freigeschossen. Das muss man auch sagen. Das heißt, wir haben hier eine durch die momentanen Lavafontaine natürlich auch Druckentlastung. Aber wie gesagt, das kann zu sekundären Effekten führen. Wir haben momentan pyroklastische Ströme, die sich über die gesamte Insel hier verteilen und auch das Meer erreichen. Alleine schon die können Tsunamis auslösen, aber auch ein Abrutschen, zum Beispiel von Teilen des Vulkans selber. Und bei der momentan explosiven Entwicklung ist davon auszugehen, dass hier etwas einstürzt, kann es zu großen Fels- und Erdrutschen kommen, die unter anderem auch einen Tsunami auslösen. Und alles, was jetzt noch passieren kann, ist, wie gesagt, ein Absinken des Vulkangebäudes, wenn sich die darunterliegende Kammer entleert. Denn die extremen Mengen Lava, die da ausgestoßen werden, über diese Lavafontaine, das ist das, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, weil das normalerweise mit der Explosion im Großen und Ganzen eigentlich gegeben, also vorbei sein müsste. Ist es aber nicht. Das heißt also, es gibt hier eine weitere Entwicklung, die man nur als hochgefährlich bezeichnen kann. Wenn es dazu Neuigkeiten gibt, dann sicherlich bei mir auf meinem Kanal. Ich werde mir das morgen dann angucken, wenn die Satellitenaufnahmen da sind. Wir können uns dann zusammen auch anschauen, wie groß die Explosionswolke dann noch ist und ob es jetzt in der Nacht, also bei uns jetzt Nacht, nur bei denen wird es jetzt dann irgendwann mal morgen, ob es dann weitere Eruptionen gibt und weitere explosive Eruptionen vor allem, die in dieser Größenordnung vielleicht sogar noch steigen könnten. Und jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.